die dhv news vom 30 juli 2021 scheiße gelaufen rauschgift kriminalität 2020 und was ist mit legalisierung herzlich willkommen bei den dhv news und in dieser sendung gibt es zwei premieren zwei dinge die noch nie passiert sind in den dhv news aber vorweg eine sache die es schon mal gab ihr habt vielleicht gesehen im vorspann wir haben wieder einen diamantsponsor den wir da zeigen die icbc hatte noch was gut nachdem sie zuletzt wegen corona ausgefallen war jetzt ist wieder soweit die icbc kommt wieder nach berlin 26 und 27 august 2021 das geht in berlin bis zu 2000 menschen dürfen wieder indoor zusammenkommen mit maske natürlich und so weiter und konzept und so aber es ist möglich und der veranstalter alex rogers macht das nimmt das risiko in kauf und ist einer der ersten großen veranstalter in berlin sicherlich die nach dieser lockerung wieder loslegen die icbc ist das event für alle die sich irgendwie mit dem business mit und um cannabis interessieren die investieren vielleicht wollen in bestimmte aktiengesellschaften oder so oder die eben selber irgendein business in sachen cannabis haben wir selber werden auch ich werde auch da sein am programm teilnehmen und ja wie sinnvoll jetzt das alle halten oder nicht halten ja wir können mir vorstellen dass viele skeptiker noch da draußen sind die da corona bedenken haben und so weiter andere finden es vielleicht gut wie auch immer die icbc findet wieder statt und wir haben wieder einen diamantsponsor bis zur icbc bis zum 26 august hier vor den news und hinter den news und alle die da auch hinwollen ein ganzes jahr lang bei über 40 ausgaben der v news eine super beliebte ausgabe serie mit sehr vielen zuschauern kann sich ja mal erkundigen der link ist in der video beschreibung wie das ist mit dem sponsoring diamantsponsoren kommen in die der v news dann haben wir noch filmfehler gemacht beim letzten mal ich muss also zurück gucken noch mal auf letztes mal und dass die erste premiere die versprochen habe nach über 300 ausgaben zum ersten mal zitiere ich mich selbst ein denkwürdiger tag den start haben jetzt die grünen tatsächlich gemacht da seht ihr jetzt neben mir diese anzeige und da bin ich total happy drüber weil das auch ein meilenstein in der lobbyarbeit des deutschen handverbands ist ja also das war da neben mir natürlich nicht die anzeige von der ich gesprochen habe in der grünen zeitung sondern einfach das bild was die ganze zeit da neben mir war und und wir sind ein bisschen verwundert dass die kommentarspalten nicht voll waren mit hagel von kritik und filmfehler rufen und so weiter das relativ ruhig geblieben vielleicht haben die meisten wirklich gedacht das wäre die anzeige gewesen war sie aber nicht und wenn ich so begeistert bin dass wir endlich zum ersten mal solche anzeigen machen zeige ich sie euch nochmal hier so habt ihr gesehen ja nochmal so und für die die sich jetzt aufregen und meinen die grünen sind ja eh für legalisierung da muss man nicht überzeugen da muss man keine anzeigen schalten und so das war gar nicht sinn der sache überzeugen war letztes jahr ich sage nur cannabisfakten.de da haben wir eine kampagne gemacht um möglichst viele leute davon zu überzeugen dass die legalisierung von cannabis sinnvoll ist und haben uns da auf die skeptiker bezogen und so weiter und haben denen ein paar gute argumente mitgegeben aber jetzt kommt es darauf an dass die parteien die für die legalisierung sind das auch vernünftig verhandeln in den koalitionsverhandlungen die eine oder andere partei die für die legalisierung ist wird an koalitionsverhandlungen teilnehmen und da reicht es eben nicht wenn die einfach nur dafür sind sondern die müssen das durchsetzen wollen und dafür brauchen die druck aus der bevölkerung und von verbänden und das ist der sinn auch dieser anzeige deswegen zeige ich sie euch jetzt nochmal und es wird noch weitere solche anzeigen geben bei anderen parteien also es geht jetzt nicht darum hier die grünen irgendwie zu featuren aber auch manche gesagt die machen werbung für die grünen darum geht es gar nicht ja es geht darum dass die legalisierung durchsetzen und wir tun alles dafür was diese sache bestärkt und ihr könnt es auch tun geht auf unsere seite zeit für legalisierung da könnt ihr mit unserem wahlkreis kandidaten finder oder wk tool viel cooler ausgedrückt mit eurer postseitzahl ganz einfach eure direkt kandidaten für den wahlkreis finden der großen parteien jedenfalls und die direkt anschreiben kontaktmöglichkeiten dabei einfach kurz die meinung da lassen dass ihr die legalisierung von cannabis gerne sehen wollt und je mehr das machen desto wahrscheinlicher ist es dass am ende die parteien wirklich was bringen nach der wahl bei den koalitionsverhandlungen wenn wir noch zwei fehler einen weiteren fehler haben wir gemacht zwei insgesamt ein weiterer ich habe von dem aschenbecher gesprochen den wir jetzt auch im dhv shop haben neben den ganzen flyern und so weiter zur initiative zeit für legalisierung und den aschenbecher hatte ich euch nicht gezeigt das ist der hier den gibt es jetzt im dhv shop und wenn wir einmal gerade dabei sind gibt es auch noch ein button den man bestellen kann und dieses tradings da kann man sachen drauflegen ist wasserdicht und so ja also viele legen da gerne sachen hin das kann man auch bestellen im dhv shop so das war das und jetzt kommen wir zum nächsten thema und zwar jetzt das ernsthafteste politikthema der woche das bka lagebild rauschgift kriminalität 2020 schon beklopptes wort rauschgift ja als wenn das alles giftig wäre alkohol ist giftig kann aber es ist nicht giftig ja insofern ist schon dieses wording ja unsinn eigentlich und im grunde hat dieser lagebericht auch überhaupt keine neuigkeiten ist eigentlich nur ein medienhype die machen die zu verschiedenen themen dann nochmal irgendwie so ein besondere machen sie es rund sozusagen nachdem sie die polizeiliche kriminalstatistik ja schon längst veröffentlicht haben wo da auch alles drin steht über die wir schon berichtet haben mehr kokain mehr crystal mehr synthetische cannabinoide mehr verkauf im internet speziell wegen corona und cannabis ist immer noch die beliebteste droge ja wissen wir alles habe ich dieses jahr bestimmt schon ein paar mal erzählt hier aber in jedem drogenbericht steht da drin drogenbeauftragte erzählt hat europäische drogenbericht weltweite drogenberichter immer dasselbe mehr oder weniger haben wir schon gehabt dieses jahr aber der unterschied ist jetzt speziell nochmal von dem was die darüber bringen wollen ja die message die hier haben ist organisierte kriminalität ist ein problem ja das hat man gemerkt bei der pressekonferenz dass das unbedingt das war was rausgepusht werden sollte wir haben ein problem mit organisierter kriminalität und das sehe ich ja im grunde auch so ja da haben sie ja recht das ist wirklich ein thema wo man drauf gucken muss aber dadurch dass eben die legalisierung von cannabis so verdrängt wird als thema und so wenig beachtet wird werden sie das eben auch nicht los egal worüber sie erzählen oder können sie 100 mal organisierte kriminalität sagen am ende kommen journalisten die fragen ja was ist mit cannabis legalisierung wäre das nicht sinnvoll vielleicht auch gerade um die organisierte kriminalität zu bekämpfen und so kommen dann berichte zustande ich zitiere mal ein paar überschriften deutschlandfunk drogenbericht freigabe von cannabis wird wahlkampfthema business insider bka bericht drogenkriminalität und todesfälle nehmen zu vier parteien plädieren für mehr legalisierung das ist dann das ergebnis der message wir haben ein problem mit organisierter kriminalität kann man nur sagen scheiße gelaufen das war nicht das was die vorhatten wäre vielleicht einfacher wenn man die diskussion mal ernst nehmen würde und cannabis legalisierung vielleicht würden die leute dann auch mehr zuhören wenn man über organisierte kriminalität spricht und dann müsste frau ludwig eigentlich wissen mittlerweile dass das ein ernsthaftes thema ist was viele ernsthafte leute interessiert ja eben auch journalisten die das dann zur überschrift machen und so die merken eben da da ist resonanz da 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 interessieren sich leute für und da geht es eben auch nicht um eine witzveranstaltung in dem sinne ja es geht um bürger die strafverfolgung ausgesetzt sind millionen von leuten aber die auch im schwarzmarkt ausgesetzt sind mit null verbraucherschutz wo die sich eben mit gestrecktem zeug auch die gesundheit ruinieren können von daher sollte sowas ja eigentlich nicht mehr passieren geführende der drogenpolitik und das erlebe ich ja nun täglich lifestyle debatten über die frage welche droge man denn als erstes legalisieren könnte sie meint natürlich damit die cannabis debatte es gibt überhaupt keine debatte darum welche droge zuerst legalisiert werden soll oder irgendeine andere droge als cannabis zuerst legalisiert werden soll sie meint die legalisierung von cannabis und lifestyle debatte das wirklich ein hohen ja das kann man als persönliche beleidigung sozusagen und wahrscheinlich sieht sie das erst anders wenn ihre eigenen kinder vielleicht mal sich vergriffen haben und sich mit irgendwelchem chemie gras vergiftet haben weil sie eben keine andere möglichkeit haben als auf dem schwarzmarkt eben sich was zu rauchen zu holen sie lernt das irgendwie nicht logik ist ja überhaupt so eine sache bei dem bei der ganzen thematik ja da werden drogen verboten da wird zwar nicht weniger konsumiert aber es werden kriminelle netzwerke angefüttert die werden reich die werden mächtig die werden organisierte kriminalität die es ohne prohibition so in dem ausmaß gar nicht geben würde und obwohl immer mehr strafverfahren geführt werden von der polizei ihr seid ja zehn von einem rekord zum nächsten wächst der markt immer noch und welcher schluss wird daraus gezogen das ist der letzte ausschnitt stattdessen ist meine tiefe überzeugung dass die bekämpfung des organisierten drogenhandels in den kommenden jahren absolute priorität in der polizeilichen arbeit in diesem land haben muss so zum nächsten thema das wirklich der krasseste fall von scheiße gelaufen von dem ich je gehört habe da ist ein 67 jähriger mit seiner 40 jährigen begleitung und seinem gras im wohnmobil unterwegs fährt auf der autobahn und dann kommt überkommt den mann das dringende bedürfnis ein großes geschäft zu erledigen dann hält er auf dem standstreifen an auf der autobahn und geht hinten im wohnmobil aufs töpfchen und da kommt nachfolgende lkw schätzt den abstand falsch ein und schließt das wohnmobil die ganze seite auf komplett der ganze seitenwand weg einmal weggerasiert sozusagen ob der kollege dann in dem moment auf dem töpfchen saß da irgendwie im schaufenster dann sozusagen ist nicht über liefer steht nicht in der presse aber bei der gelegenheit das wohnmobil eben auch gras ausgespuckt 135 kilo gras hat die polizei dann auf der autobahn eingesammelt ich zitiere mal die polizei die fahrbahn in richtung fulda und die angrenzende böschung war nach dem unfall von ein kilogramm päckchen mit marihuana regelrecht übersät 135 kilo ja wirklich echt ein ding gegen die beiden wird jetzt übrigens nicht nur wegen drogen ermittelt sondern auch wegen fahren ohne führerschein weil mit dem ganzen gras im fahrzeug war das wohl schwerer als es der führerschein des mannes erlaubt hätte echt scheiße gelaufen die ganze geschichte muss man wirklich mal so sagen aber ich will da nicht zu gehässig sein ja also mal angenommen die kämen aus marokko ja dann könnte ich ja persönlich nachvollziehen wenn die da verdauungsprobleme haben dann wäre allerdings wahrscheinlich auch hascht im auto gewesen und nicht marihuana von daher ja vielleicht doch eher irgendwie in der holländischen pommesbude irgendwie was falsche frikandeln gegessen ich hoffe die beiden haben sich nicht allzu schwer verletzt die haben sich auch da irgendwie leicht verletzt zumindest ja waffe wurde nicht gefunden zum beispiel ja das waren also die guten irgendwie von daher ja toi 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 kommt wieder auf die beine letzter punkt für heute zum schluss bisschen ortsgruppenfunk die ortsgruppe münchen hat eine mahnwache veranstaltet in münchen um an den getöteten andré b zu erinnern andré borchardt der ist ja von der polizei verdächtigt worden mit cannabis zu handeln es gab auch einen offenen haftbefehl gegen den und dann sind sie zu ihm nach hause haben ihn da wollten ihn da aufsuchen haben ihn da auf dem innenhof von so einer mietskaserne getroffen also mit mehreren mehrfamilienhäusern dann ist er weggelaufen und die mein polizist hat andré dann von hinten in den kopf geschossen also ein unglaublicher vorgang das war immer mitten in der siedlung da spielende kinder da unterwegs und so ja also wirklich ein krasser fall diesen freigesprochen worden dann am ende die polizisten auch der schütze auch erstaunlich sage ich mal so und die ortsgruppe sagt halt ja also sowas gerät nur in vergessenheit wenn man nicht daran erinnert haben eine mahnwache da gemacht vor ort und haben auch das ziel ein dauerhaftes mahnmal da zu installieren vor ort und haben in dem zusammenhang auch ein schreiben an den bürgermeister unterschrieben damit der das unterstützt und es gibt jetzt eine webseite die da auch freigeschaltet worden ist jetzt mahnmal.org im gedenken an andré beuchert und damit bin ich bei den terminen passend zu den ortsgruppen in oldenburg gibt es ein offenes treffen am sonntag den ersten august und jetzt kommt nämlich die zweite innovation ist noch nie gab bei den dhv news ja haben sich vielleicht einige die jetzt vor den terminen immer wegschalten haben sich gewundert was mit der zweiten innovation die in heidelberg machen nämlich unsere ortsgruppe ein online hybrid team sitzung des handverbands rhein-neckar und ich habe ja noch nie ein hybrid termin verkündet ja unglaublich geht voran eine mischung aus online und face to face meeting doll in oldenburg dann noch mal online themen abend dritter august koblenz infostand in koblenz samstag 7 august und auch in oldenburg ein infostand am 7 august das geht wieder los das leben da draußen am besten alle geimpft da jetzt in regensburg gibt es noch mal ein treffen am sonntag den 8 august und das war's für heute mit den terminen mit den dhv news gibt uns ein like wenn euch das gefallen hat hier mal wieder abonniert den kanal aktiviert die glocke wenn ihr das jeweils noch nicht gemacht habt und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen großamen abend ein